haha es klappt grüße du stehst auch das ja uns stetisch gerade in alt ich muss manchmal zwischendurch aufstehen ich habe auch so ein ding und es ist naja zuerst war es noch ja ich habe so eine coole neu spielische sache und kann die ganze zeit hoch und runter fahren und jetzt ist es nur noch so ich muss meinen chat dazu bringen mich zu zwingen es zu benutzen ich merke das schon wenn ich ein paar tage nicht mehr hoch und runter fahre dann habe ich es krass in den schultern vor allem da habe ich so richtig in den ganz steifen modus ich muss sich noch über fahrradfahren ausquetschen ich habe gehört du fährst viel fahrrad nicht so viel wie ich sollte aber ich habe ein rennrad ja da muss ich noch infos ich muss das einzige was mir nur ansatzweise spaß macht hier in dublin am meer entlang zu radeln das ist wunderschön aber es ist eine qual naja später das hier ist der liebe tas dingo und ich finde den coolen deswegen wollte ich mit ihm über ihn reden und über allgemeine sachen ich wollte mit ihm quatschen über einen moment ich muss kurz meine liste rausholen was ich dir quatschen wollte ich wollte quatschen über nerdstar mit ihm das ist quasi so eine muss er gleich selber erklären genau wie sie es definieren und sowas dann so sachen wie man eben sowas wie nerdstar vielleicht gründen könnte weil ich krieg oft zu fragen so hey ich möchte mit mehreren streamer zusammen was machen so wir wollen so sein wie wie heißen sie nochmal pete smith und so weiter und dann ja gibt es also verschiedene sachen die man bestimmter beachten muss dann wie hat der test dingo es geschafft zu sein zuschauen zu kommen was hält er von backseat gaming ich finde das immer ein riesiges thema ich finde auch immer am struggeln mit mir selber wie ich mit mir selber da umgehen soll und so allgemeine so sachen wie man halt weil wir sind wir machen ähnliche also wir spielen viel nintendo selber jeweils deswegen dachte ich kann man ein paar interessante sachen quatschen der chat ist immer etwas gediegen und ruhig wenn ich wenn ich diese podcast mache deswegen wundere dich nicht wenn die leute auf einmal so ruhig werden alle schüchtern plötzlich zwei leute da sind zu viele ja dieses nerdstar oder erst mal hast du bock dich kurz vorzustellen was machst du wer bist du hallo ja ich bin tas dingo oder jascha oder dingo oder taz wie man möchte woher kommt der name ich habe gehört von warcraft hat irgendjemand gemeint ja also wenn wenn mein chat mich ärgern möchte behauptet er er kommt aus hearthstone aber ich habe den schon viel länger nämlich seit warcraft 3 da gibt es da gab es einen helden der hat so eine maske getragen der shadow hunter heißt der und der hat immer tas dingo man gesagt und das ist so ein ausruf der freude von den trollen okay das wusste ich damals noch nicht fand es nur witzig ich war wie alt war ich denn 2003 15 weiß ich nicht ja so um den dreh und ja seitdem habe ich den namen aber hearthstone ist doch warcraft ne oh gott ja hearthstone ist ein blödes kartenspiel mit warcraft charakter genau keiner mag ich bin eher auf gwent hängen geblieben ich fand das ganz cool okay ich habe dich unterbrochen und jetzt genau wo mein name herkommt genau ich bin 33 jahre alt ich war mal vollzeit streamer bin jetzt keiner mehr sondern bin vollzeit angestellt bei nerdstar als redakteur und social media manager und dementsprechend nur noch wochenend streamer aber es ist ja trotzdem im realm of streaming und gaming ja genau nerdstar ist relativ streaming bezogen zumindest partiell also ein teil davon wir haben ja einen sender der 20 stunden die woche live ist oder ein bisschen mehr als 20 stunden die woche aber wir haben eben auch einen ganz großen part wo man eben nicht so viel von sieht aber wo eben mindestens so viel wenn nicht mehr passiert der dienstleistungsbereich in dem wir all mögliche streams für andere klar machen dann kannst du gleich mal okay was was ist denn diese ganzen sachen also was genau ist nerdstar was macht ihr war jetzt erstmal so auf den ersten blick von mir so ähnlich wie jetzt zum beispiel rocket beans ein sender über gaming mit reviews auch und neuen spielen und so weiter ja das ist erstmal vom sender die grundidee genau sind halt vier hosts wir decken verschiedenste sachen ab brettspiele sind zwei sehr interessiert dran video games natürlich aber einer der chef ist eben auch riesen star wars fan das darf dann auch nicht zu kurz kommen wir werden demnächst noch versuchen ein bisschen mehr mit musik zu machen jetzt wo es wieder möglich ist wo man leute wirklich zu sich einladen kann das ist halt der große vorteil von diesem ding nerdstar weil wir haben einfach ein großes grundstück mit sehr viel platz und im großen studio dann können dann eben auch bands sich aufbauen und unsere technik nutzen also und ansonsten ist es halt eigentlich nur das was ein normaler stream auch ist nur halt zu viert mit verschiedenen hosts die durchwechseln daddeln labern quatsch machen und wo sind die ausputz jetzt ist es nur twitch oder ist das auch auf website oder also wo seid ihr überall was was ist jetzt also größten hat auf twitch der sender findet deutschstadt wir arbeiten gerade daran ein paar cutter heranzuholen das heißt wenn ihr karten könnt auf unserem twitter ist auch gerade die bewerbungsphase offen damit der coole twitch content endlich mal auf youtube landet weil wir würden das gerne machen und alles schneiden aber gerade weil jetzt der august sich nähert wo dann gamescom ist und wo wir ganz viel anderen kram nebenbei tun werden wird das dann wahrscheinlich wieder liegen bleiben deswegen brauchen wir da irgendwen extern der alles schön zurecht schneidet und du hast jetzt gesagt du machst da redaktion aber du bist schon auch vor der kamera oder dort ich bin auch vor der kamera genau ich bin einer von den vier hosts habt ihr noch sind das noch mehr angestellte jetzt inzwischen angestellt sind wir haben wir insgesamt 11 das heißt der sender ist tatsächlich der kleinere part war lange auch so ein bisschen so einfach showcase wie geil unsere technik auch einfach ist weil wir haben dann halt einfach sieben verschiedene kameras die wir ansteuern können wir haben drei sets die wir ansteuern können verschiedenste arten von mikrofonen funken wir können nach draußen gehen und dort was senden und das wollen wir natürlich auch den leuten dann sagen die im zweifel bei der dienstleistung anklopfen und sagen hey wir haben ein geiles event wir brauchen irgendwen der gute kameras hat okay dann muss ich jetzt aber gleich fragen wie zieht man sowas auf wie lange gibt es euch schon wann habt ihr damit angefangen und vor allem warst du einer der gründer quasi oder wie war so dein part dabei also die gründe war schon vor ewigkeiten also nur als projekt gibt schon richtig lange hat auch wirklich verschiedene formen durchlaufen von der website mit reviews mit technik sachen die da einfließen youtube kanal der über jahre gepflegt wurde und dann sind sie eben irgendwann auf twitch gelandet allerdings deutlich vor meiner zeit ich bin erst letztes jahr dazu gestoßen im jahr 2020 im august und ich glaube 2017 wurde der kanal verpartnert das heißt sie haben eine ganze weile ohne mich gemacht auch mit verschiedensten konzepten wir arbeiten da gerade daran irgendwie eine formel zu finden die auf twitch funktioniert was ja gar nicht so einfach ist also ich denke gerade in deinem stream im chat wird es viele geben die die sich fragen wie wächst man eigentlich auf twitch und die frage haben wir auch so ein bisschen momentan von wie wächst man mit vier verschiedenen leuten oder ja mit vier verschiedenen haus und elf angestellten und sieben kameras hast du hast du da schon irgendwas so was findest du also ganz viele leute kommen halt nicht ganz viele aber immer wieder kommen leute rein und sagen sie wollen sowas wie pietz miet machen sie wollen halt sind halt drei kumpels die kennen sich selbst im sandkasten und wollen jetzt halt zusammen sowas sowas aufbauen ich sage dann immer für mich wäre es nicht ich finde schwierig ich finde schon schwierig allein mich selber zu managen und das on time zu sein und alles so viel content und es ist ja noch mehr content und auch schwer kann ich mir vorstellen sowas ist wie wer ist der boss oder wie viel anteile was ist wenn tatsächlich einer auch eine sache ist sowas wie wie viel prozent so wie viel prozent ist man mit drinnen jetzt nicht finanziell sondern mit der psyche so mit dem mit dem geiste weil der eine wild ist so 100 prozent geht voll ab und der andere ist vielleicht nur so 50 prozent drin und sagen ja schau mal was passiert und dann kann es ja schon nichts werden wenn einer andere ansprüche hat hast du da irgendwelche erfahrungen schon gemacht so was du denkst wichtig ist wenn man so ein gemeinschaftliches projekt aufbauen möchte das ist echt mega schwer weil sobald verschiedene leute vor der kamera sind jetzt immer wird es immer zuschauer geben die dann genervt davon sind dass nicht die person ist die sie wirklich cool finden gerade da ist weil ganz viel auf twitch ist ja einfach der cult of personality wenn wenn leute dich cool finden dann schalten sie regelmäßig ein egal wie gut wie gut dein stream aussieht oder wie gut du klingst wenn du nicht cool bist dann bist du nicht cool und wenn dann von den vier leuten einer ein bisschen weniger populär ist bzw einer von den vier leuten einfach mehr fans hat macht das ja auch den chat so ein bisschen kaputt wenn da und gefragt wird wann ist denn wieder ich sag mal dingo weil ich gerade da bin und ist wirklich nicht einfach unter den hut zu kriegen ideal ist natürlich immer wieder sendungen zu machen die wirklich dann auch zwei drei vier von den hosts direkt da haben aber das heißt natürlich auch dann dass weniger output stattfindet weil alle vier gleichzeitig da sind und zum beispiel könnte keiner einen späten stream machen oder einer macht einen frühen das das wäre glaube ich so der der ideale mehrwert wenn man viele leute hat dann wirklich auch lange online zu sein macht aber auch das ist wieder wieder schwierig weil ich habe in meiner eigenen vollzeiterfahrung oder in meiner eigenen stream zeit gelernt dass viel output nicht immer viel wachstum bedeutet das ist einfach ja nur viel rausballern heißt halt nicht dass das viel dabei hängen bleibt ja also ihr streamt nicht immer zu viert ich habe gesehen ich habe immer gesehen das waren immer zwei streamt ihr auch alleine haben jetzt umgestellt vor kurzem ein bisschen bisschen früher gesetzt damit der abend nicht so überlaufen wird weil da eben die primetime ist und die primetime streamer online sind und wir haben dann gleichzeitig eben gesagt dass es eben auch sendungen gibt die alleine genauso gut funktionieren wie zu zweit ich muss dann eben den anderen host noch ein bisschen beibringen zu zocken und zu chatten gleichzeitig was ja erstmal total einfach wirkt aber sie haben dann selber auch häufig gemerkt dass es gar nicht so einfach ist aber wir arbeiten uns da langsam hin dass dann eben auch viele sendungen alleine funktionieren ob gameplay oder nicht und hast du da auch schon irgendwelche oder was ist schon aber hast du da irgendwelche insights was das ego anbelangt ich kann mir vorstellen viele so warum habe ich nicht so viel screentime oder mehr warum redest du mehr als ich ich spiele nicht so gern multiplayer zum beispiel weil ich dann mit anderen streamer zusammen spielen muss ich kann schon gern mit anderen zusammen spielen aber es ist dann so schwer jeder bettelt sich quasi darum was zu sagen weil wer mehr sagt hat mehr screentime quasi und dann ist es die ganze zeit so ein übereinander drüber schreien finde ich und ich finde es so schwer ist es das problem hat gott sei dank nicht also wir ergänzen uns da ganz gut wir haben halt zwei quasi strippen würde ich sagen und zwei die sind so ein bisschen so die die background player sind die auch wirklich dessen stärker es einfach ist das gespräch weiter voranzutreiben aber es nicht einzunehmen ich zum beispiel bin jemand aber der einfach sehr viel redet und wenn noch jemand an meiner seite wäre der ebenfalls viel redet könnte das schon dazu führen dass es einfach zu oft in zwei verschiedene richtungen geht und dann einfach keine runde sache daraus wird aber in der regel kriegen wir das gut hin und man passt sich halt ein bisschen an ich glaube es ist super wichtig wenn man man sagt so immer doch ich glaube das ist super wichtig dass man halt nur weil man halt befreundet viele glaube ich fangen das halt im sinne von ja das sind mal unsere die beiden besten freunde so aus man muss halt glaube ich einfach ausprobieren wenn man zu mir da sitzt einfach schauen wie die chemie ist ich glaube das ist wichtigste an dem ganzen zusammen stream weil viele leute wollen auch zusammen streamen dass sie nicht alleine sind und ich finde das ist immer ein schlechter grund weil man nicht alleine sein will weil man sich nicht traut alleine zu reden aber wenn findest du nicht also kann ich mir gut durchaus vorstellen die sache ist halt also für mich zumindest macht twitch viel aus dass man mit dem chat redet ja und ich habe das dann oft kennengelernt wenn leute zu zweit da sind und deswegen bin ich auch selten in so koop gaming partien zumindest unterwegs dass dann der diskurs im vordergrund steht und eben nicht der talk mit dem chat ja und da muss man eigentlich darauf achten gerade wenn man so ein ding anfängt weil gerade dann muss man halt leute binden und ich glaube wenn man halt von anfang an sagt okay ich bin ich hole mir jemand dazu damit ich alleine bin dann ist halt schon diese grundeinstellung da das ist sowieso keiner kommt und wenn jemand kommt dann habe ich ja zum glück mein buddy mit dem ich reden kann und dann ist man vertieft und jemand will die leute wollen ja schon gar nicht den chat reinschreiben weil sie merken ach die reden untereinander mit sich aber wenn es klappt glaube ich ist es sogar noch besser weil man zu zweit wenn man zu zweit einfach rockt und zu zweit super sympathisch ist dann schaut man da einfach gerne zu ja also wenn es klappt ist es glaube ich tatsächlich ein mehrwert ja glaube ich auch reicht es nicht ich finde ja eben es ist so schwierig habt ihr da irgendwelche also sind alle bei nerds tatsächlich angestellt also wenn irgendwas momentan ja wenn irgendwas zu nahe geht musst du sagen dann musst du einfach sagen halt die klappe legen dafür angestellt ja wir suchen halt gerade einen freien cutter der wäre dann nicht angestellt der wäre dann halt einfach je nachdem wie viel rumkommt karte habe ich mir überlegt auf meine website auch eine liste an cuttern zu machen aber es ist so schwierig bei künstlern geht es ja noch da kann man irgendwie sagen okay du kannst malen aber bei cutten jeder kann halt irgendwie cutten aber einzufinden aber man will das nicht unbedingt genau einzufinden ist dann wieder so schwierig kattest du deine streams ich nehme es mir vor aber ich komme viel zu selten dazu ich meine ich habe jetzt vollzeit ich habe ein stream und dann ist die woche voll hast du jetzt da musst du jetzt deinen eigenen stream reduzieren deswegen ja also deutlich ich war vorher sechs mal die woche live und jetzt sind es eben drei streams mittwoch samstag und sonntag haben die leute sich beschwert oder sagen sie ja ich kann ja noch da drüben sehen beschwert hat sich keiner die waren einfach dann weg das ist das problem man merkt immer nie wenn leute was man merkt daran dass leute etwas nicht mögen wenn sie einfach nicht mehr kommen ja oder was heißt also kann ich auch durchaus verstehen dann man möchte halt wen haben man geht auf twitch und die person ist live das ist halt die beste situation und dann ist man in der community und die community ist noch cool und das ist dann einfach geiler wenn jemand sechs mal da ist oder sieben mal sogar da gibt es ja auch welche die das wirklich jeden tag machen als wenn jemand sich wirklich nur dreimal die woche blicken lässt und dann auch noch manchmal zu zeiten die absolut inhuman sind wenn sie selber einen job haben also ich gehe immer zwischen neun und zwölf live das heißt manche für manche fällt es einfach weg als sie mich vielleicht kennengelernt haben 2016 17 18 19 war ich um sechs uhr immer online also sechs uhr abends das hatten einfach eine ganz andere situation hat sich das über die jahre so hat sich das über die jahre geändert denkst du da hast du dich geändert also streamst du jetzt mittags weil du merkst abends ist die konkurrenz viel zu groß oder hast du das einfach so gemacht weil du bock hast auch also bei beides also ich bin einfach morgens ein bisschen fitter und weniger tilt anfällig habe ich über die jahre bemerkt und ich spiele ja schon schwierige sachen sehr gerne und wenn ich dann abends müde bin und das spiel nervt mich und der chat nervt mich dann kann ich schon ein bisschen salzig werden morgens kommt das oder mittags kommt das seltener vor deswegen habe ich das auch so angepasst aber ich meine ich bin dann irgendwann auch von einem main game in richtung variety gewechselt und dann siehst du halt abends kein land mehr weil jetzt musst du mir noch deine karriere erzählen wie ein main game was hast du früher gemacht ich habe heroes of the storm gespielt das moba von blizzard kennen wahrscheinlich nicht alle da war ich dann auch mit der größte mit mit einem kollegen und war dann eben auch der offizielle streamer für die deutschen turniere beziehungsweise für die internationalen turniere auf dem deutschen sender deswegen habe ich auch so ein gar nicht da ein bisschen weiter links hätte ich so eine geile illidan statu bekommen die ich von blizzard zu meiner hochzeit geschenk bekommen habe kurz mal flexen kann ist jemand anderes sagen dass mein hochzeitsgeschenk von blizzard bekommen hat schon ziemlich cool ja der ist vor allem der ist vor allem relativ streng limitiert war das auf der torte auf der spitze darauf gestellt bestimmt ich glaube der ist zu schwer dafür schon ganz schön die torte muss dafür nicht holen ich habe angst den fallen zu lassen oh gott wie geil ach krass dann hast du damals bist du damit quasi war das deine absicht hast du deswegen also wie hast du angefangen zu streamen direkt mit dem game oder hast du erst mal so rum experimentiert nur mit dem game also ich habe auch dadurch ich war vorher pro gamer in dem spiel bevor ich angefangen habe zu streamen das heißt die leute kannten meinen namen schon deswegen habe ich diese phase des des null viewers nie miterlebt also ich hatte sehr viel glück in der hinsicht ich habe direkt mit 100 zuschauern angefangen und das hat sich dann sehr schnell entwickelt weil einfach leute mich kannten weil ich in der community relativ gut vernetzt war und dann bin ich da halt sehr sehr schnell gewachsen zum partner geworden 2016 und ja habe das zwei jahre noch sehr sehr fröhlich gemacht schaut leute er hat auch jetzt von glück geredet vorhin habe ich noch davon erzählt wie leute immer die erfolg haben dann immer sagen ja das war nur glück das ist wirklich krass also wenn man wenn man anfängt und der erste stream hat über 100 zuschauer ist es einfach nur glück dann bist du oben in der kategorie das ist ja über die jahre hinweg erarbeitet das ist ja über die jahre hinweg schon überarbeitet hast du das ja hier aber ohne glück schafft man trotzdem nicht was ganz ehrlich supergut in dem spiel ja ich will immer nicht an glück glauben weil das heißt dass ich keine kontrolle habe ich will die natürlich hat man auch kontrolle jeder seines glückes schmied genau aber da sind dann eben ein paar sprungbretter die man sehr gut nutzen kann und dann hast du irgendwann gesagt ich habe keinen bock mehr auf das spiel oder worum warum hast dann gewechselt also bock hatte ich schon noch aber blizzard hatte keinen bock mehr drauf die haben dann irgendwann die e-sport abteilung komplett gekillt kurz vor weihnachten übrigens geiles weihnachtsgeschenk am 15 dezember ja wir haben für die steuern es muss noch zu ende gebracht werden das jahr und dann schluss genau ich bin da noch ziemlich lange dran hängen geblieben bis 2020 also es wurde ende 2018 abgesiegt und ich habe mich irgendwie sehr lange noch dran geklammert aber wenn man über ein jahr lang nur stagniert oder sogar rückwirkende zahlen hat dann ist das irgendwann fürs mental game gar nicht mehr so geil deswegen habe ich dann irgendwann eben den wechsel auf variety und alles mögliche was released wird gewagt das gehirn gewöhnt das gehirn gewöhnt sich an eine eine zahl und auch wenn das eine krasse zahl ist wenn es weniger ist macht es dem gehirn ein strich durch die rechnung gesagt du bist kacke nee dann hast du gesagt variety aber ich finde ja schon es ist auch sehr nintendo lastig aber hier und da natürlich auch noch ein bisschen mehr und jetzt irgendwie nur noch nur noch hier chillen mit chillen mit kaizo ja genau also das hat sich auch wieder dann also 2019 war es noch mehr halt man schaut natürlich als vollzeit schimmer drauf was die leute überhaupt sehen wollen jetzt da ich ein anderes einkommen habe ist mir das nicht egal also ich finde es immer noch cool wenn leute bei mir zu gast sind und in meinem chat aktiv sind aber die eigenen präferenzen stehen schon ein bisschen mehr im vordergrund als das halb geben des monats oder so also ich habe zum beispiel among us geskippt weil ich selber keinen bock drauf habe hätte ich hätte ich bock auf zuschauer gehabt hätte ich wahrscheinlich sehr viel among us gemacht oder genshin impact oder wie sie nicht alle heißen gab ja ziemlich viele games phasmophobie habe ich ein bisschen gespielt weil ich es ein bisschen cool fand aber wahrscheinlich hätte man auch damit deutlich mehr wachstum klar machen können wenn man unbedingt auf wachstum aus ist ich habe das ich habe das allem eine kurze chance gegeben so ein zwei streams aber es war nichts für mich da ist wieder dieses multiplayer ding jeder überschreit sich jeder möchte der sein der die ganze zeit redet jeder möchte von den anderen gehört werden in anderen streams und jeder möchte lustig sein und der krasseste sein und für mich war es einfach nur stress stress ich sitze da ein kleiner ruhiger streamer so alle schreien sich an und habe das auch quasi geskippt und habe die memes beobachtet nee ja das finde ich super wichtig hast du denn gemerkt also du quasi sagst ja einfach wobei ich frage zuerst so das heißt du hast die selbstständigkeit ging weil du pro gamer warst schon davor da hast du irgendwann während dem streamen gemerkt okay jetzt passt jetzt mache ich das selbstständig oder hast du schon twitch angefangen mit selbstständigkeit also ich habe angefangen zu streamen da war ich noch student da war ich so in den letzten semestern meines master studiums und was hast du studiert master ich bin grundschullehrer grundschullehrer mit integrierter sonderpädagogik also wenn ich wollte könnte ich an förderschulen arbeiten das macht der master quasi weil man muss nicht master machen als lehrer oder doch man muss tatsächlich als als lehrer master machen und jetzt müsste ich halt ins referendariat und wenn ich das fertig hätte dann wäre ich staatlich anerkannter lehrer könnte mich verbeamten lassen und so weiter und so fort aber ich dachte aber weil das mit dem stream ganz gut läuft schaust du doch mal rein weil du hast ja eine sehr gute rücklage und du kannst ja im zweifel einfach zweimal im jahr kannst du dich entscheiden jetzt ist genug im stream ab ins referendariat und fertig mittlerweile gab es natürlich noch ein paar mehr kurven also jetzt habe ich ein ganz eine ganz andere hauptbeschäftigung als lehrer oder als streamer aber so ist das eben manchmal im leben ich meinen studiengang gewählt habe ich vor zwölf jahren da ändert sich einiges und hast du dich dann einfach für nerdstar beworben oder dir dann gesagt hast du bock mit uns zusammen nerdig zu sein ja die haben die wollten halt größer werden die dienstleistungen liefen da ganz gut ich meine als jemand der streams verwirklichen kann wenn corona läuft hat man halt sehr viele möglichkeiten zu wachsen und die brauchten einfach mehr manpower und haben das ausgeschrieben ich habe mich beworben und sie fand mich ganz cool wir kannten uns vorher schon weil sie eben auch aus bielefeld kommen in bv bielefeld wird es im stream die stadt die nicht existiert existiert tatsächlich ehrenwort und ja dann war es einfach eine runde sache sie fand mich cool ich fand die cool jetzt bin ich da die selbstständigkeit weil wir vorhin drüber geredet haben spontan hast du da irgendwie vorhin hat jemand gefragt so hey ein kumpel will sich selbstständig machen mit dem stream hast du irgendwelche tipps hast du irgendwelche ja tipps tipps wo du sagst selbstständigkeit aufpassen also zum ersten ich sage immer mach's nicht erst mal das ja lass es wollte ich auch gerade sagen lass es aber kannst du irgendwas sagen okay wenn diese ganzen checkboxen gecheckt sind dann kann man es vielleicht riskieren das ganze selbstständig zu versuchen das stream würde ich wirklich dann nur machen wenn man wirklich einen sehr sehr guten plan a hat oder ein plan b je nachdem wie man es ausdrücken möchte aber man kann dann nicht nach einem halben oder dreiviertel jahr merken oh ja ist doch nichts jetzt müsste ich mich mal langsam bemühen da würde ich es eher andersrum machen da würde ich einfach erst mal irgendwas irgendwas bodenständiges mitnehmen nebenbei stream ich meine wenn man die idee hat sich selbstständig zu machen hat man ja hoffentlich schon was laufendes davon gehe ich mal aus das kann man dann ja auch noch mit drei vier fünf streams die woche erst mal mitnehmen und wenn das dann nach ausbildung oder studium oder sonst was immer noch gut läuft dann kann man überlegen das ein zwei drei jahre zu versuchen aber ansonsten ist wirklich sehr heikel und sehr riskant vor allem du sagst zwei drei jahre versuchen weil selbst wenn man zum beispiel nach drei jahren erfolgreich ist kann man im vierten jahr auf einmal kann alles wieder weg sein das heißt wenn man wirklich nichts hat worauf man zurückfallen kann wie ein fertiges studium wie ich jetzt könnte auch einfach wieder mich bewerben bei werbeagenturen oder bei irgendwelchen unternehmen und dann wird es auch wieder gehen irgendwie man muss halt schon irgendwas ich kenne ich habe letztens ich habe zurzeit auch so eine story von jemandem der einfach wirklich jetzt gerade sein ganzes geld rausschmeißt um alles mögliche zu kaufen die beste equipment und einfach sagt ja easy 10.000 euro ausgegeben jetzt geht's los und ich bin das machen leider echt viele leute glaube ich das equipment ding ist glaube ich das wird komplett überschätzt alle glauben wenn du hier ein schuhe ding vor dir hängen hast und eine systemkamera und lichter dann läuft das schon von selber aber mittlerweile hat das ja einfach fast jeder und selbst wenn dann ist die twitch qualität auch gar nicht so geil dass man das alles merkt ich habe es jetzt bei bei vielen ratchet and clank streams gemerkt wie schwach die qualität auf streams rüberkommt wenn du das spiel dann wirklich vor dir hast du kannst das eh nicht so geil rüberbringen von daher ist auch die technik völlig egal stream mit 3500 bitrate und einer webcam und das sieht fast gleich aus du meinst jetzt stream in sachen von auf bei dir auf dem fernseher sieht sind 4k aus und dann kriegst du ja im endeffekt nur in 720p vorgelegt vorgelegt quasi das meinst du jetzt oder selbst wenn also auch wenn du wenn du auf deinem monitor 1080p hast und das spielst es kommt im stream nicht annähernd so geil rüber ich weiß nicht genau warum aber es kommt nicht annähernd so geil rüber und das wird man jetzt bei playstation filmstüte aber mehr merken ich hoffe mal dass irgendwann aufgestockt wird die sollen mal gas geben bei twitch ich habe vor einem jahr schon test streams gesehen von irgendwelchen ausgewählten menschen die in 2k gestreamt haben mit dem av1 codec ne ja nie wieder was von gehört koste zu viel vielleicht keine ahnung wo war ich wo warst du ich weiß nicht bei 10.000 euro equipment jetzt schon klank habe ich fast durch das hast du mich jetzt gekriegt habe ich auch fast durch spielst du auch schwer ja ich spiel auf eins weniger schwer okay es ist aber auch noch schwer oder es ist immer noch schwer aber nicht ganz so schwer passt schon ja total diese systemkameras und sowas ich finde damals als ich angefangen habe war es noch seltener dass leute gute qualität haben da hat man sich schon ein bisschen mehr abgehoben aber inzwischen ist wirklich so du kommst in stream rein mit drei zuschauen und das ist die krasseste qualität also inzwischen kann man sich noch nicht mal damit abheben und selbst wenn es bringt halt nichts die leute aber ich bin halt auch so einer gewesen ich habe mir halt auch gesagt jetzt war bei sport zum beispiel so weil fahrrad wegen fahrrad gesagt haben ja ich brauche nur ein gutes teures fahrrad dann fahr ich viel lieber weil es viel angenehmer ist zu fahren dann mache ich bestimmt den sport ich habe mir als ich meine bachelorarbeit geschrieben habe habe ich mir extra davor als belohnung dass ich die bachelor machen werde ein imad gekauft mit der begründung ja dann kann ich meine bachelorarbeit bestimmt viel besser schreiben das bestimmt genauso schlecht oder gut geworden egal ob imig oder nicht aber so da habe ich auch beim stream gedacht komm wenn ich wenn ich die gute kamera habe dann habe ich schon mal diese box so abgehakt dann läuft schon mal da ganz gut dann muss ich nur noch an mir arbeiten aber das ist ja der kleinere teil also ich kann schon verstehen dieses denken aus wenn man halt wirklich neutral denkt dann merkt man sehr schnell das bringt alles nix ja so verarscht man sich selber genau das wahrscheinlich einfach die einfache antworten warum warum gucken leute den und nicht mich weil der einfach geileres equipment aber dann ist noch schlimmer wenn man dann merkt dass das nicht der fall ist weil dann ganz viel geld ausgegeben und trotzdem noch keinen zuschauer dann wird man traurig war man exklusiv schaut und sich merkt der stream mit der logitech verdammt wie macht er das so ein großes thema was ich mit dir bequatschen wollte ist backseat gaming weil wir ähnliche spiele spielen wie gehst du damit um da gab es schon wirklich es gab schon viele viele versionen davon wie ich mit backseat gaming umgegangen bin und immer auch das schwierige was ich nur kurz davor was schwierig was ich daran finde ist gerechtigkeit zu finden es gab zeiten habe ich einfach wirklich nur getime outet aber das hat mich dann genervt weil die kamen immer wieder und haben gesagt hey warum denn time out ich kenne das spiel doch gar nicht das war doch nur ein gäst und das ist das doch schlimmer aber es laber mich nicht voll habe ich irgendwann angefangen richtig sauer zu werden bei jedem backseat gamer dann war mir auch egal ob die nie wiederkommen weil es mich einfach so stört und mich aus dem spielfluss rausnimmt gerade gerade bei so spielen wo man halt ein bisschen erkunden möchte wenn man da dem chatten manchmal ein bisschen zu langsam ist dann fangen die ja direkt an zu schnacken und zu zu zetern und sagen einem die lösung und da hatte ich dann echt lange keine lust drauf mittlerweile bin ich wieder ein bisschen netter aber ich ich bin auf durch den kakao ziehen übergangen zumindest wenn ich gute laune habe ansonsten bin ich auch noch immer sauer aber aber durch den kakao ziehen und dann im zweifel einmal kurz auf die finger hauen ist schon mal schon mal eine gute lösung glaube ich content aus den idioten machen ja genau so ein bisschen was ist backseat gaming okay ganz kurz backseat gaming heißt so wie wenn backseat driving es kommt glaube ich von backseat driving wenn du halt hinter jemandem sitzt und quasi sagst was er zu tun hat das heißt wenn im auto es kommt glaube ich vom autofahren wenn du hinten im auto sitzt und sagst jetzt rechts ne fahr links bitte verlangsame bitte mach radio erlaute aber die klimaanlage stört also wenn du halt die ganze zeit sagst was derjenige zu tun haben soll der eigentlich das steuern der hand hat und ich bin da auch hin und her gerissen das spielst schwierigste finde ich wie du schon sagst manche leute die wir raten halt nur mit und ich dann denke ich mir so ja aber auf wir sind ja hier auf twitch alles ist interaktiv warum soll ich jetzt jemanden daran hindern mit zu raten das ist ja doch schön am ganzen stream man kann ja zusammen das spiel aber woher soll ich wissen dass du mit ratest oder dass du es tatsächlich weiß oder du versteckst es als mitraten du kleiner sneaky boy das ist schon schwierig das ist das gemein man fühlt sich auch manchmal einfach schuldig man fühlt sich echt schuldig wenn dann wenn dann wenn man die falsch schnell erwischt die einfach wirklich nur nur wirklich mitraten wollten aber man kann sich nie sicher sein deswegen ist man erstmal vorsichtig wie ist es denn bei dir mit mit bei anderen streams wenn du streamen schaust ich weiß zum beispiel ja außer es wird ausdrücklich verlangt also wenn jemand sagt boah ich komme nicht weiter sag mal eine schnelle lösung da helfe ich gerne aber ansonsten ja ansonsten poste ich eher einen null als die richtige löse du bei mir weil ich kann nämlich oft backseat gamer nachvollziehen als ich backseat gaming auch nicht aber ich habe den drang es zu tun und dann mache ich den stream aus um quasi den streamer und mich zu schützen weil manchmal wenn leute einfach spiele spielen die ich liebe und bei mir ist es noch nicht mal sowas wie geh rechts geh links macht das jetzt sondern es ist sowas wie du könntest jetzt gerade eine super coole sache verpassen und das erlebt man ja auch oft wenn du jetzt rechts gehst würdest du eine super krasses easter egg finden und da mache ich dann den stream aus weil ich weiß ich ich habe kein also ich habe keinen spaß ich kann das nicht sehen deswegen ich verstehe backseat gamer man kann auch nicht man kann auch nicht irgendwie nonchalant drüber sein man kann ich einfach schreiben willst ein tipp oder so das wird den im zweifel auch nerven ja eben und ich mal ist immer nett gemeint aber dann kommt es doof rum und mein problem ist oft dass das manchmal bin ich an der schweren stelle und jemand sagt hey du musst nur das machen ich bin so hey danke nice und es freut mich tatsächlich dass jemand gerade backseat gaming gemacht hat und fünf minuten später kommt eine szene und jemand schreibt auch sowas ähnliches weil er sich gedacht hat ja beim einen hat er auch durchgehen lassen und ich bin eine furie und ich mache was kann was verpiss dich und hier fünf minuten timer und du kannst mich machen ich bin richtig sauer das ist so gemein aber ich weiß nicht es ist ich erkläre das dann immer sowas wie der davor hat mich halt an einem guten moment erwischt und du hast mich gerade am schlechten moment erwischt es ist ja momentan aber auch den vorteil dass ich dass ich nicht so richtig spiele spiele wo wo backseat gaming schlimm ist also kaizo mario niemand kann mir erklären wie ein sprung geht zum beispiel das muss ich irgendwie herausfinden hollow knight kenne ich eh schon auswendig spiele ich gerade auf steel soul also versuche das mit mit ohne sterben durchzuspielen und bei pokémon da lasse ich sogar zu weil ich einfach ein pokémon pleb bin und ein naslock nicht so einfach ist aber ich habe es auch schon gedacht so bei kaizo ist bestimmt weniger aber wie definierst du dann leute die dir sagen also die machen quasi backseat gaming aber indem sie sagen dass sie es besser können ist nicht wirklich backseat gaming aber so leute die halt sagen die stelle die nase reiben oder wie ja so die stelle hatte ich in fünf minuten ich habe das die stelle ist doch einfach dingo was machst du denn da ja tatsächlich das ist ich habe heute noch darüber gesprochen über chat regeln weil ich habe keine chat regeln aber ich bräuchte eine regel die sowas verbietet wie jetzt streng dich doch mal an oder so weil wenn ich dann da sitze und ich alles versuche was zu schaffen ein typ habe ich nicht sterben genau die stelle ist tödlich übrigens bisher schon dreißig mal reingesprungen dass also wenn ich dann irgendwie ich meine es gibt level da hänge ich eine stunde dran und wenn dann jemand mich nervt dann ist aber achterbahn das finde ich fast noch schlimmer wenn leute so tun als ob super einfach wäre und sie einfach nur denken du bist ein schlechter spieler dabei versuchst du nur dein bestes und gleichzeitig chat zu lesen und es auch noch lustig zu machen manchmal ist auch lustig zu sterben manchmal springen wir auch absichtlich vielleicht den tod damit wir konnten das machen können dann kommt dann kommen die um die ecke und sagen man ist schlecht oder mein dann könnte ich noch viel schlimmer sein mit leute irgendwie angeben aber ist jetzt nicht wirklich backseat gaming aber es ist schon so es gibt halt leute auf twitch die sind nicht so cool so ist es einfach aber ich in der hinsicht sortiere ich gerne aktiv aus also es gibt ja immer zuschauer finden ihren streamer blöd ich bin da auch relativ offen wenn ich den zuschauer blöd finde und wenn mich also jemand zu oft nervt dann sage ich ihm auch einmal der soll gehen ja und wenn er nicht geht und mich immer noch nervt dann helfe ich halt nach ich sage auch immer ehrlichkeit oder kantig sein könnte also wenn man wenn du kanten hast dann können sich leute glaube ich mehr mit dir in der diffizieren als wenn du so glitschig rund bist kuschel stream mäßig und einfach zu jedem ja hey danke für den tipp ja ich schaue gleich nach rechts und guck da was da ist ach ja du hast das gestern schon geschafft hey herzlichen glückwunsch voll cool ja und dann ist glaube ich lustiger für die zuschauer und für lurker vor allem wenn du da ein bisschen kantiger bist und einfach mal sagst halt zeit maul ich meine hilft ja auch beiden seiten einfach ne es hat auch schon ganz oft oder oder ein paar situationen gegeben wo ich dann einfach gesagt habe voll nervig wie du bist und dann hat er gesagt oh ja entschuldigung ab jetzt bin ich anders und dann ist cool und dann schält der seit über einem jahr bei mir rum also das hatte ich tatsächlich einfach geil sein dann das hatte ich tatsächlich auch ein zweimal dass jemand einfach dann gemerkt hat ah das ist nicht so ein stream und dann total cool war aber halt auch hast du schon öfter leute bannen müssen die eigentlich total nett sind aber die du einfach nicht ertragen kannst öfter nicht ne handvoll mal aber ich bin generell nicht so häufig ich bin da eher der 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 immer ein bisschen giftet bis die person dann einfach merkt dass das so nicht klappt ja ja das ist wirklich nur nur in folge zeiten fiel weil da waren wirklich einfach zu viele zwölfjährige das war nicht auszuhalten in was für zeiten in den in den in den in den als ich vor geist gespielt habe das ist halt schon für ein deutlich jüngeres publikum als in super mario world zum beispiel und da war mein chat auch einfach im schnitt wahrscheinlich 15 jahre jünger als sie es dann momentan sind und das war so gut in dem spiel jetzt erinnere ich mich du warst ja so gut wie viel kronen hattest du ich habe zwei ich habe irgendwann 700 irgendwas aufgehört hast du die trophäe gekriegt wo man fünf sieger hintereinander schaffen muss ja na klar das ist für mich die ich niemals kriegen werde ich fand das spiel geil es war lustig aber ich hab mich da war ich echt da gibt es drei clips von mir wo ich in der letzten sekunde irgendwie hat mir jemand den schwanz weggenommen ich könnte ausrasten das ist so unfair dieses spiel 700 super spiel ja es ist cool hast du nicht auch bei diesem ding mitgemacht was dann crazy claire gemacht hat dieses ja genau bei crazy claire habe ich mitgemacht da bin ich zweiter geworden da habe ich tubiers sehr gut kennengelernt und mit dem habe ich ja twitch rivals vorgeist gewonnen das war super immer noch eine meiner lieblings twitch erfahrungen dass ich endlich mal bei twitch rivals mitmachen durfte ist eine geile erfahrung nice macht bock kannst du ein bisschen mehr erzählen von switch rivals also ich erkenne es natürlich als mitgekriegt aber wie ist da wirst du da gefragt musst du dich bewerben warum sagst du dass es so eine coole erfahrung war und es war halt bei vorgeist was also es gab immer vierer teams und tubiers wurde eingeladen weil der der hatte irgendwie 14 stunden am tag vorgeist gespielt und war nicht mehr zu ignorieren wir waren also quasi eins von den beiden deutschen teams was daran teilgenommen hat das andere war glaube ich von mecky und mecky der dann try max und so mit eingetütet aber das ist nicht so wichtig an der stelle dann hatte ich halt ein team mit tubiers mit anclays und mit a fossil und wir haben halt zusammen trainiert und ja am ende auch das ding gerockt und zwar einfach einfach ein geiler stream es war ein geiles event und es wurde bezahlt und das ist einfach cool für vorgeist dann einfach so ein turniersieg klar machen zu können weil das spiel einfach mega spaß gemacht ich würde es immer noch spielen wenn der entwickler sich ein bisschen besser im griff gehabt hätte aber die haben ja die die haben die erste season komplett an die wand gefahren oder die zweite und dann habe ich irgendwann einfach die reißleine gezogen ja es hat ein bisschen aufgehört an an hype zu bekommen ja aber ich wusste nicht jetzt direkt custom games und so gebraucht eigentlich eine eigene lobby für zuschauer games oder halt für sowas wie twitch rivals wir konnten ja nicht mal so richtig gegeneinander spielen wir konnten nur einfach ja kronen sammeln im zweifel ja cool cool was haben wir noch was haben wir noch auf der liste haben wir noch hast du das auch mal beim wenn du jetzt nein sagst ist blöd okay dann sage ich nein hast du das auch mal das beim game also ich weiß nicht für was naja doch das wie gehst du mit dem ruhigen chat um wo fange ich denn da an meine lieblings variante die manchmal klappt und manchmal nicht ist einfach im zweifel durch 15 verschiedene themen durchzugehen die von von dem man so ein bisschen oder 15 natürlich ist eine arbiträre zahl durch viele themen durchzugehen bei denen man irgendwie schon die erfahrung gemacht hat dass die im zweifel den stream belebt irgendwie lieblings eissorte lieblings essen irgendwas was kontrovers ist ich erwähne hawai pizza leute finden hawai pizza blöd fangen wieder an zu schreiben und daraus ergibt sich dann im zweifel irgendwas aber es kommt mir auch ganz oft vor dass ich durch das spielen von mario so abgelenkt und im game bin dass mir das gar nicht gelingt also sitze ich nur da und sage scheiß schon wieder gestorben ist tot weiter links und ja dann ist der chat so 20 minuten tot da das belastet einen schon so ein bisschen aber ich kann das durchaus nachvollziehen genau man kann es nachvollziehen aber ich mache mir dann selber so ich schiebe mir dann die schuld zu wer es denn sonst auch sonst auch schuld quasi oder gibt es überhaupt eine schuld genießen die leute das gerade einfach nur weil wenn ich so im nachhinein gucke ist die zuschauerzahl jetzt nicht weniger in dem moment geworden aber leute haben halt einfach nix und quatschen im moment du konzentrierst dich auf spiel du selber als streamer ist irgendwie gerade kein thema über das du reden kannst das spiel ist gerade interessanter und dann aber trotzdem danach oder währenddessen schon bin ich so seit zehn minuten hat keiner mehr was geschrieben was ist hier los funktioniert twitch nicht wieso bin ich so kacke warum habe ich es überhaupt verdient überhaupt annähernd zuschauer zu haben was was läuft hier und dann denkst du so wie kaputt ja und danke ja der chat ist einfach kaputt passt schon wahrscheinlich schreiben kann 20 leute die ich ignoriere ich bin voll cool es passiert ich meine ich ich konnte mir auch sehr viel twitch in meiner freizeit und ich schreibe auch voll wenig von daher kann ich niemanden niemanden davor verurteilen dass er gerade nicht schreibt einfach super entspannt ist man nur so ein bisschen grundrauschen im hintergrund zu haben alle zehn minuten guckste rüber und ist das eben so laufen aber ja hakt man ab wenn das zu häufig passiert dann würde ich mir gedanken darüber machen wenn das so ein regelmäßiges ding ist jede jeden samstag und zwölf bis zwei uhr lässt die konzentration zu sehr nach dann würde ich vorher eine pause oder so irgendwie einwerfen das ist mir auch schon jetzt manchmal passiert dass ich einfach irgendwann keine power mehr hatte dann habe ich mein programm ein bisschen aufgelockert dass ich eben nicht sechs stunden am stück mario spiele weil das ist halt wirklich schon sehr belastend nicht nur für die hand und fürs gehirn sondern einfach für für das gesamt ding mensch das klappt dann einigermaßen ich würde zu kaiser wollte ich dich auch noch ausfragen warum diesen mal das masochismus so magst aber allgemein noch ne jetzt habe ich wieder vergessen was ich fragen wollte kaiser warum 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 kaiser ich meine ich bin großer mario fan ich liebe alle 3d marios kann odyssey ewig spielen mario 64 mache ich auch hier und da so versuche ein bisschen schnell zu sein aber kaiser oder allgemein 2d marios ich könnte kotzen und jetzt ich habe es halt genau andersrum wie du glaube ich wahrscheinlich also ich mag 2d marios sehr gerne und 3d ist also ja nimmst du halt mal mit also odyssey fand ich sehr gut 64 und sunshine und so brauche ich nicht galaxy habe ich dann irgendwann mal nachgeholt ist auch ein gutes spiel aber ich will es jetzt nicht noch mal auspacken ich bin dann auch mit einem super nintendo groß geworden und habe sehr viele super mario world gespielt und das war mir immer zu einfach und genau das problem wird ja mit kaiser einfach komplett aus der welt geschafft und dann halt mit ganz vielen benefits einfach die es zum beispiel in mario maker nicht gibt in mario maker ist es ja zum beispiel so du spielst ein sauschweres level du stirbst du musst start drücken du musst auf neu starten jedes mal dauert zehn sekunden bis du den nächsten versuch starten kannst durch diese ganze technik die es mittlerweile in in smw-hecks gibt dauert eine sekunde und du bist direkt wieder drin am start und kannst noch mal probieren einfach viel geiler ganz kurz kaiser ist quasi sagt man nennt man sehr schwere mario spiele und oder mario level und werden hauptsächlich von fans bereitgestellt also gemoddet ist quasi gemoddet ist mario man kann auch in mario maker gibt es quasi auch kaiser levels aber die sind ja auch von fans gemacht nintendo würde wahrscheinlich niemals ein so schweres mario machen dass man es kaiser nennen könnte bei odyssey gibt es auch hier und da ein paar level wo man sich denkt wie zum teufel seid ihr auf die idee gekommen so was schweres zu machen das war glaube ich das schwerste offizielle nintendo level was ich gespielt habe das letzte von super mario 3d world was dann letztens für die switch kam es hat mich fast kaputt gemacht ich saß zwei stunden an diesem level und ich bin immer zorniger gespielt moment habe ich moment meinst du das allerletzte wo ich noch gar nicht sein kann weil ich noch nicht alles eingesammelt habe vielleicht kannst du dich auf was freuen ja ich bin an dem punkt wo ich quasi noch alles einsammeln musste mit das letzte level erscheint und das ist das dann okay ja viel spaß da habe ich noch nicht wenn du das machst ich gucke dann gerne zu okay ich mag ja sowas ich mag sowas ich habe cuphead geliebt ohne ende weil man einfach das ist ja das prinzip von souls einfach du trainierst dich so lange in einem fairen spiel einem fairen schwierigkeitsgrad bis du es kannst und du spürst diesen prozess des besserwerdens ja aber warum mir mario nicht gefällt du wirst überhaupt nicht zustimmen ist die schwammige steuerung ich finde sie ist doch nicht schwammig jedoch hast du zum letzten hast du hast du mal das super nintendo mario gespielt du hast extrem viel kontrolle das ist halt das dumme die die steuerung ist super schwammig bei mario maker und die spiele sind exakt gleich aus aber die steuerung könnte kaum unterschiedlicher sein also mario maker habe ich angefangen und tatsächlich bei amazon wieder zurückgeschickt nach sechs stunden das geld wieder bekommen ziemlich geil und da hat es mich halt auch gestört da hat mich gestört dass du fünf oder vier verschiedene marios sein kannst und jeder steuert sich anders das hat mich fertig gemacht dass ich mich an kein mario quasi gewöhnen kann okay ja ich weiß aber ich habe ihm vielleicht auch nicht wirklich viel chance gegeben aber bei super mario auf der sns zum beispiel ich finde ich finde es super schwammig und da könnte ich verrückt werden aber ich müsste mich einfach daran gewöhnen wahrscheinlich die einstiegshürde ist auch nicht ganz nicht ganz einfach aber hat sich in den letzten jahren deutlich gebessert also vor zwei jahren oder so noch da war es unmöglich da wirklich mit spaß reinzukommen da musstest du erst mal 100 stunden suboptimale hack spielen wo du einfach die ganze zeit bei stirbst mittlerweile gibt es wirklich auch eine ziemlich große einsteiger kaiser community die wirklich dafür sorgen dass du quasi nachdem du smw einmal durchgespielt hast quasi direkt eine stufe schwieriger hast und das ist ja das eigentlich das beste zum zum langsam kleinben und besser werden einfach immer einen schritt weiter gehen anstatt irgendwie fünf auf einmal nehmen zu müssen weil dann wirst du frustriert und frustriert sein heißt man legt das ding hin und im zweifel auch für immer das heißt da ist dann schluss merkst du denn also spielst du jetzt zum ersten mal so richtig viel kaiser im stream ja seit seit februar bin ich da jetzt ziemlich regelmäßig dran ja merkst du dass es also kommt es gut an glaubst du schon ja also ich will immer darauf hinaus so du hast ja vorhin schon gemeint du du machst eigentlich nur noch auf was du bock hast hauptsache es macht dir spaß aber wahrscheinlich kannst du trotzdem nicht weg von den zahlen schauen oder schaffst du es inzwischen und du sagst halt einfach ich mache wirklich nur was ich bock habe weil was wäre jetzt wenn du kaiser spielst und tatsächlich würden nur noch 80 leute zuschauen würdest du dann immer noch kaiser spielen oder streamen mittlerweile ja mittlerweile ja ich hatte 2019 mal ein versuch gestartet nach mario maker dann und da hatte ich dann halt wirklich einfach nur 80 90 zuschauer und es ging jedes mal direkt in den keller ich habe das spiel gewechselt alle waren weg und chat war tot und ich war scheiße in dem spiel und habe dann gesagt nee das geht nicht kann ich nicht machen und habe dann erst mal noch mal ein jahr weggelegt und dann mich da langsam ende 2020 und jetzt anfang dieses jahres eben rein gefuchst und was ist jetzt anders weil du besser bist weiß ich gar nicht vielleicht ist die community immer größer geworden weil das interesse mittlerweile ja wirklich sehr groß ist da gibt es ja einfach mit mit densen einen der einfach riesig ist im deutschen bereich hat ja 1500 plus zuschauer wenn er wenn er spielt und ich glaube doch viele da reingeholt weil er eben auch in youtube sehr aktiv ist der ist halt ein gott da drin ja genau da gab es halt viel wachstum von der szene und ich glaube das ist einfach so dass das eines eine szene eine community ist die am anfang ein bisschen skeptisch ist bei bei neuen leuten aber die durchaus jedem eine chance geben man muss aber dranbleiben wenn man nur dreimal kaiser stream dann guckt keiner rein beziehungsweise gucken drei davon rein weil die eben ihre stammleute haben wenn man aber dann jede woche da auftaucht jeden samstagmorgen und den kaiser grind startet und merklich besser wird einfach dann interessieren sich irgendwann leute für einen und find's auch cool weil neues gesicht der eben auch mal eine andere perspektive und andere community ein bisschen mit rein bringt und dann verknüpft man sich ebenso und also ich merke momentan einen sehr deutlichen wachstum bei meinen smw streams wenn ich da jetzt noch mal ein halbes jahr zurückgehe dann hatte ich da glaube ich gute 30 40 prozent weniger zuschauer was ja das ist allgemein so eine sache die super allgemein also für alles auf twitch oder allgemein bei selbstständigkeit zutrifft dieses was ich auch super viel gemacht habe ausprobieren und dann einen nach einer woche klappt nicht weglegen und dieses dieses also wenn es einem keinen spaß macht muss man sowieso weglegen aber wenn man es halt nur weglegt weil es eine woche nicht läuft das ist so das fand ich so schwer dann da durchzupowern und zu sagen ich probiere es trotzdem weil ich es macht mir spaß und da dran zu bleiben weil es braucht halt einfach monat um zu schauen ob diese idee tatsächlich diese idee tatsächlich funktionieren und die alles hat bei mario auch nur geklappt weil es mir wirklich extrem viel spaß macht also ich bin einfach super motiviert gewesen von anfang an und viele waren am anfang skeptisch und hat gar keinen bock und kam erst mal nicht wieder aber irgendwann war dann doch wieder da und das ist dann auch schon cool hast du was würdest du sagen würdest du jetzt bei kaiser ich weiß nicht wie gut du da von anfang an warst aber jetzt weil ich ein bisschen speedruns immer mal wieder probiere wie ist deine meinung würdest du kaiser üben im stream oder würdest du leuten empfehlen das ist allgemein über kaiser hinweg allgemein gesprochen wenn du in etwas gut sein möchtest würdest du sagen man soll das üben im stream oder über privat üben um den leuten nur zu zeigen wie geil man ist aber kaiser hat man den vorteil ist quasi jedes jeder heck den man spielt auch übung ist also man lernt eigentlich immer zuzuschauen wie du besser wirst genau ja schon also es gibt halt eine natürliche progression wenn ich jetzt zum beispiel daran denke fighting games sag ich mal kombos üben würde ich nicht stream wenn ich da jetzt sitze und eine halbe stunde lang schlag schlag unten tritt und hadoken mache das würde ich glaube ich niemandem antun das würde ich lieber auf stream machen ganz privat ohne dass ich da auf den chat achten muss weil dann ist glaube ich auch effizienter einfach und dann würde ich halt sobald ich live gehe und ranked games oder sonst was mache dann würde ich den stream anmachen aber es gibt eben sachen die eignen sich gut oder eben nicht gut aber es gibt eben auch streamer die können aus allem was spannendes machen eben auch aus dem training von daher würde ich ja gar nicht pauschal darauf antworten ja weil ich bin ja immer so am hadern mit mir soll ich da jetzt mein speedrun mit allen zusammen üben weil manchmal kommen leute rein die halt gut sind die schon der community angehören einem dann tipps geben und dann macht es irgendwie super viel spaß und manchmal schaust du ich habe 72 stunden damit verbracht in mare 64 durch eine tür durch zu glitschen und ich habe es 72 stunden nicht geschafft und dann in dem moment wo ich es geschafft habe so eine die person jährlich jährlich und das ist schwierig also bei speedruns also mich fühlt es nerven wenn ich das schrieben würde ich will da einfach nur die ganze zeit Zugrumpf auf dem bildschirm gucken immer wieder den glitch ausprobieren gucken wann es klappt und uns nicht klappt und mit niemandem reden am besten genau eben das ist es halt deswegen habe ich das auch so für mich es sind speedruns was für dich? Oder bist du mit deinem Kaiser jetzt glücklich? Also ich habe mir bei der Dark Souls 1 gespeedrunnt, aber das war vor meiner Streamzeit. Und da war das auch noch ein ziemlich langer Run. Da waren das so 55 Minuten Weltrekord. Mittlerweile sind es ja irgendwie 28 oder so. Und das war für mich auch komplett casual. Ich hatte nie wirklich Bedürfnis, da zu grinden. Ich kenne mich aber zu gut, als dass irgendwann dieses Bedürfnis da wäre und dann wäre mein ganzes Leben nur noch investiert darin, die Top 1% oder sonst was zu erreichen. Deswegen bin ich immer sehr vorsichtig. Wenn ich erstmal im Strudel drin bin, dann ist alles vorbei. Vielleicht bei Elden Ring dann wieder, weil ich liebe einfach alle Souls Games und Teil 3 würde ich vielleicht speedrunnen, aber mein PC ist irgendwie bockig bei Dark Souls 3, deswegen fällt das Gott sei Dank weg. PS5. Ja, könnt ihr machen, aber PS5 einfach. Aber man speedrunnt schon lieber auf dem PC, weil das Safe Game so einfach ist. Du gehst dann einfach kurz in den Ordner, sagst, ich möchte jetzt den Boss üben, ziehst das rüber und fertig. Und du kannst inzwischen sogar Live-Split bei manchen Spielen an Spiel triggern, sodass der automatisch weiß, wo du bist. Das ist so krass. Stimmt. Das ist nice. Wie triffst du eigentlich deine Spielauswahl? Ich meine, du hast jetzt gesagt, du machst, worauf du Bock hast, aber was ist, wenn du jetzt auf einmal Bock hättest auf CSGO? Würdest du es dann trotzdem einfach streamen oder bleibst du trotzdem immer noch im Rahmen deiner Bekanntheits-Games so, weswegen man dich kennt? Boah, kommt drauf an. Also wenn ich es irgendwie in meinen Zeitplan kriege, würde ich streamen, ja. Manchmal habe ich CSGO gestreamt, tatsächlich so fünfmal oder so. Meine Freunde waren gerade da und hatten Bock auf CSGO. zu meinen Stream-Zeiten, die ja für Leute, die arbeiten und dann am Wochenende was machen wollen, immer blöd sind, weil ich bin halt Samstag und Sonntag früh da. Das heißt, wenn Leute was mit mir machen wollen, ist es entweder abends, aber nicht zu lange abends oder eben während ich streame. Das heißt, wenn sie da zukommen und mit mir CSGO spielen, ist das einfach das Beste aus beiden Welten. Ja, also CSGO wäre bei mir nicht off the table, aber es gibt bestimmt Sachen, die ich dann einfach skippen würde, weil ne? Du hast so hast du auch irgendwelche Games, die du einfach also wenn jetzt nichts los ist, wobei du spielst Kaizo, Mann. Ja, okay. Wenn halt nichts kein Hype-Game draußen ist, dann greifst du wahrscheinlich auf deinen Kaizo zurück. Wobei du machst auch, du machst auch Nuzlogs. Genau. Ja, seit ein paar Wochen läuft meine erste Nuzlog. Deine allererste? Meine allererste, ja. Und ich habe direkt ziemlich harte Regeln mir ausgesucht, ohne Tränke und so ein Gedöns. Ähm, weil ich finde, Scheitern gehört dazu. Wenn ich jetzt eine Nuzlog starten würde und die Regeln so einfach wären, dass ich direkt durchrenne, dann würde mir das glaube ich einfach keinen Spaß machen. Wenn ich da einfach jeden Kampf mit Tränken und sonst was pipapo durchboosten könnte und mich overleveln könnte und sowas, dann ist das keine Challenge. Das muss halt eben schon scheppern. Dann machst du nicht ein Schwert und Schild. Alter, das ist zu einfach. Nee, XY habe ich. Ja. Mega. Das kenne ich noch nicht und ich finde die Pokémon da ganz cool. Ich glaube, ich habe zehn Nuzlogs angefangen, noch nie eine geschafft. Warte mal. War ich die letzte? Ich habe nämlich XY war auch meine letzte. Habe ich die geschafft? Nee. Nee. Oh, diese dumme Oh, ich weiß nicht, wo du bist. Aber diese vorletzte Arena die hat mich Okay. Oh mein Gott. Da habe ich es noch ein bisschen. Ich weiß noch, welches Pokémon. Ich sage es dir nicht. Aber es gab ein Pokémon, das hat mein ganzes Team ausgelöscht. Aber es ist bei jedem anders. Mein Team war es natürlich anders als deins. Bevor ich jetzt hier Brexit Gaming mache. Das ist ja mein erster Run und ich hätte ich habe komplett unterschätzt, wie krass einen das fertig macht. Dass du in jeden Kampf reingehst und du weißt nicht so richtig Bescheid und es kann jederzeit vorbei sein. Und dein Lieblings-Pokémon wenn du einmal nicht aufpasst dann ist es einfach vorbei. Ich bin halt auch wirklich noch ein Pokémon-Amateur und in der XY-Arena Nummer 1 da hat dieser Schmetterling so einen Move dass du nicht wechseln kannst. Und ich kannte diesen Move nicht und dachte so ja, jetzt wechsle ich halt meinen Vogel aus. Okay, alles gut. Nee, geht nicht. Ja gut. Vogel tot. Schade. Er hat die Welt noch nie sehen können. War das Dingostarter. Das gleiche ist mir gestern nochmal passiert mit so einem Feuer mit so einem Feuerwirbel das ich nicht wechseln konnte. Es ist alles schlimm in diesem Spiel. Ich fand es auch faszinierend immer, wenn ich das mal ab und zu mache und ich habe es noch nie ich habe es dann immer keine Ahnung ich bin bei Vollets Arena oder bei dem Top 4 bin ich draufgegangen habe dann aber nie wieder neu gestartet weil ich zu fertig war. Das macht einen wirklich fertig wenn du einfach weißt jeder Kampf, den du startest kann dein Ende sein und du musst alles wieder von vorne machen. Vor allem wenn du das Spiel nicht kennst. Du kennst ja X noch nicht. Ich kannte X auch noch nicht. Das heißt, du weißt noch nicht mal was da für Pokémon kommt. Ich habe bei Schwert und Schild auch tatsächlich obwohl Schwert und Schild super einfach ist die Nasslock nicht geschafft weil ich in so eine Bäckerei reingegangen ist wo ein Typ stand mit zwei Feen Schwabonen und die beiden Tortenviecher. Und die haben mich gewonnen und mein ganzes Team war weg. Die waren einfach 20 Level stärker als ich und es stand einfach der Trainer stand so halt rum. Und wenn du das nicht weißt bist du halt tot. Aber der Chat hat seinen Spaß. Ja, na klar. Boah. Gab es Leute, die dich genervt haben als ein Run gestorben ist? Wolltest du dann so richtig gemein zu denen sein? Weil ich habe richtig Angst davor dass wenn mein Run dann irgendwann stirbt weil ich ein Dummkopf bin und dann so richtig gemeine Typen da sind dann würde ich glaube ich ausrasten. Würde die einfach wegbannen. Ich weiß noch ich habe als Pokémon Schwert und Schild rausgekommen ist habe ich in 24 Stunden die 36 Stunden Stream gemacht und nur Pokémon Schwert und Schild gestreamt und dann bist du da so und es war Nasslock Vanilla Nasslock weil ich das Spiel nicht kannte also ohne die Routenregel nur wenn Pokémon down geht bleibt es down. Das war die einzige Regel und boah ich glaube nach 20 Stunden musste mein Mod Slowchat anmachen und hat dauernd Leute gebannt weil auf einen Schlag nur Leute reinkamen und gesagt haben wie dumm ich sei und warum ich nicht verstehe wie verschiedene Typen miteinander funktionieren so keine Ahnung ich sage sowas wie hm warum funktioniert denn Elektro gegen Gestein Elektro sollte doch schlecht sein gegen Gestein so Leo du bist so dumm und dann war ich echt ich war so für eine Stunde so tilted dass das mein Mod den ganzen Chat auf Emote only gestellt hat also ja das ist das was ich vorhin meinte ich hasse es mich nichts nichts mehr ich hasse nichts mehr als Leute die so tun als ob es super einfach wäre und denken sie sind der größte Shit und müssen es unbedingt von sich geben aber ich hätte das schon längst geschafft hä die Nasslock ist super einfach oh Angeber ja richtig fies ich hab da Gott sei Dank ein paar gute Coaches bei der Nasslock da hab ich gar nicht so große Angst vor also mein Run wird wenn dann schwer weil ich richtig blöd bin und dann kann ich damit leben aber wenn so richtig harter Kampf kommt dann fände ich es glaube ich schlimmer eigene Blödheit ist richtig hilfreich da lässt du Backseat Gaming zu ja ein bisschen genau ja bei Pokémon existieren halt super viele Menschen die so krass Hyperfans sind die alles wissen und wie wie bist du darüber ähm Leute die ständig einem Fakten aufzählen so wusstest du eigentlich dass Gengar eine drei Meter lange Zunge hat wusstest du eigentlich auch dass keine Ahnung das hatte ich glaube ich noch nie aber das denke ich erstmal eigentlich ganz lustig kommt auch an wie viel es ist glaube ich irgendwann irgendwann ist das dann glaube ich einfach nur nervig und es gibt ja auch echt viele Leute auf Twitch die einfach nur mit ihrem Wissen angeben wollen damit sie so ein bisschen Lobpreisung kriegen ich bin auf jeden Fall nicht die Anlaufstelle dafür Lobpreisungen rauszuholen das müssen die dann woanders suchen aber ich glaube das merken Leute bei mir auch Gott sei Dank ziemlich schnell ich hatte das im letzten Stream ich weiß nicht was die Person meistens sind es sehr junge Menschen glaube ich aber die Person kam rein hat gesagt Yo Ratchet & Clank spiele ich auch gerade total cool ich so ja man es macht echt Spaß wie weit bist du denn ja ja total cool es gibt es ja umsonst gerade für die PS4 und Moment 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 was dann wollte die Person im Endeffekt nur angeben also halt die wollte halt irgendetwas finden womit sie mit mir auf einem Level sein kann und hat halt dann das Spiel einfach genommen also nicht auf einem Level sein kann aber merkst du es manchmal auch wie Leute ähm ums Brechen versuchen was zu schreiben aber ihnen nichts einfällt was sie schreiben können und dann einfach das erstbeste nehmen und meistens ist es dann das Spiel mhm finde ich also die haben Angst vor dem stillen Raum glaube ich ja ja das kenne ich auch so gut und dann ist es oft sowas wie Yo Ratchet & Clank Clank liebe ich ist ein PS4 Spiel hab ich auch umsonst jetzt gekriegt bei PS Plus und dann und dann hasse ich mich selber schönes Wetter ist das ja schönes Wetter heute dann hasse ich mich selber dass ich wie so ein selbst dass ich so ein dass ich so unglaublich selbst wie sagt man dass ich dass ich so unglaublich erhaben dann sage du weißt schon dass das Spiel nur für PS5 existiert somit hast du gerade gelogen was redest du eigentlich was willst du von mir ich so oh shit warum bin ich so weg mit dem kommt ja im Zweifel eh nichts bei rum oder außer dass der Chat irgendwie so ein bisschen entgleist wird ja davor hat man dann Angst dass das wenn man sowas wenn man gechiggert ist von einer Person dass das überschwappt auf andere Menschen vielleicht na ja 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 ähm hast du noch irgendwas können wir noch irgendwas irgendein irgendein Mehrwert für die Zuschauer wir brauchen noch einen Mehrwert für die Zuschauer ähm haben wir nicht haben wir nicht gib es hier nicht wir sind Streamer wir sind faul ja wir arbeiten ja gar nicht wirklich da hatte ich einmal eine Streamerin die reinkam und das gesagt hat da war ich erstmal getriggert da hab ich gesagt mach du das erstmal und dann sag das gleiche und dann war das Problem dann hat sie gesagt ja ich streame für 100 Menschen jeden Tag 9 Stunden und ich finde das einfachste auf der Welt so fuck dagegen kann ich jetzt nichts sagen weil meistens bauten ja eigentlich ist es auch einfach oder vergleichsweise aber es ist auch gleichzeitig ganz schön schwierig wenn du mal an dem Punkt bist das sagte er der bei seinem ersten Stream 100 Zuschauer hatte ja in Twisting wir können noch etwas über Networking erzählen hm ne kann ich nicht ich networke nicht doch du hast schon mal mehr genetworkt als ich ich kenn dich ich weiß dass also ich hab dich ich schau dich schon länger ich bin nur ein super krasser Lurker ähm ich schau dich schon länger tatsächlich eine lustige Geschichte warum die ich aber hier nicht erzählen kann die erzähle ich dir privat haha Cliffhanger okay und ähm und du ich hab aber nie bei dir geschrieben weil ich einfach Schiss hab ich bin einfach ein kleiner kleiner Angsthase und erst Schiss von mir ne allgemein dass eine Person nein sagen könnte oder so was will der denn was will der denn okay und es ist tatsächlich wie findest du das es ist also ich meine man kann den Partner Haken natürlich ausmachen mach ich auch oft ähm aber trotzdem man kennt dich ja auch auf Twitch man kennt mich auch so ein bisschen fällt es dir schwerer in Chats reinzuschreiben weil du weißt dass die Person dich kennen könnte und dann ist es unangenehm oder sagst du dann ne geil kennt mich mir glaube ich eigentlich ziemlich egal muss ich gestehen also ich finde immer die Leute komischer die äh die sich drüber aufregen wenn andere ihren Partner Badge zeigen da gibt es ja auch die die Art Mensch die dann sagen lol du hast deinen Partner Badge wirklich eingeblendet wie peinlich hö 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 du machst Werbung für mich selber ja lass mich doch meinen geilen Purple Badge neben meinem Purple Namen zeigen Mann geh mir nicht auf den Keks ja weißt du da muss ich auch also ich kann es verstehen ich will den Leuten nur nicht ähm das Gefühl geben ich bin was Besseres also ich will nicht das man ist einfach nur ein Partner aber manche Leute werden halt sofort nervös wenn ich zum Beispiel einen kleinen Chat reinschreibe und einfach nur Hallo sage dann geht auf einmal alles nur noch um mich das klingt jetzt blöd aber dann sind die oh da ist jemand mit Partner wer ist das denn und jemand anderes dann im Chat oh woher was ist da hier gleich Partner weil du hast einen Partner im Chat und dann kriegst du halt so Aufmerksamkeit die ich nicht will zum Beispiel deswegen mach ich es aus für mich und halt einfach die Angst dass jemand sagt Partner machst Werbung für mich selber kenn deinen Namen nicht mittlerweile Leute sowieso ich meine du bist ja auch auf YouTube relativ gut unterwegs hilft das denn überhaupt wie meinst du hilft das achso wenn ich den Partner ausmache die Leute erkennen deinen Namen doch so oder so wenn du was schreibst manchmal weiß ich das gar nicht manchmal sagen sie nur Hi Leo und dann denke ich mir so war das jetzt ein Hi ich kenn dich Leo oder einfach nur meinen Namen vorgelesen ja deswegen ich schreibe nicht sehr viel weil ich tatsächlich oft Angst habe dass es dann um mich geht dabei will ich dich einfach nur den Stream schauen deswegen sage ich meistens erst gar nichts deswegen Networking und du bist da schon mal besser drin weil du hast bei mir Hi geschrieben yay aber ich habe auch nicht viel geschrieben tatsächlich ich habe auch mittlerweile eine gute Anzahl Streams geschaut und ich habe glaube ich dreimal was geschrieben wenn es hochkommt ja plus drei mehr als ich Twitch ist auch zum kommunizieren da ob mit Partner haken oder ohne es ist einfach einfach entspannt dann kurz mal ein bisschen schnacken oder nicht schnacken oder einfach nur Hallo sagen ich finde es cool aber ich meine muss alles nicht ich kann das durchaus verstehen aber ich meine ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht es gibt tatsächliche Situationen wo ich in einem Stream war in einem kleineren Stream so 10, 15, 20 Viewer und die Person der Streamer selber die hat einen Akt draus gemacht dass ein Partner im Chat ist das fand ich unangenehm das fand ich wirklich unangenehm oh ein Partner in meinem Chat oh wie cool ist das denn das ist ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit also einfach nur Hallo sagen und intern freuen ist in Ordnung aber sagen oh in meinem Chat ein Partner wow cool ne ich hatte es auch schon mal dass jemand von den Besuchern also von den Zuschauern schreibt ey guck mal da ist gerade ein Partner in deinem Stream aber ich habe noch nicht geschrieben weißt du ein Zuschauer hat extra in der Benutzerliste geguckt wer alles da ist hat mich gelesen und gesagt guck mal der ist da das ist wirklich schlimm ja gar keine Lust drauf unangenehm ist ja schlimmer als Lurker ausrufen das geht ja auch schon mal nicht das ist ja quasi das gleiche nur vom Zuschauer selber ja von dem Zuschauer dadurch ist es ein bisschen schlimmer aber der Zuschauer hat das jetzt recht nicht zu machen wenn es dann noch ein Mod gewesen wäre nein war keiner das ist eh nicht schlimm wie wenn ich irgendwo anders unterwegs bin und ein Zuschauer erkennt mich und fragt mich wann ich wieder streame das macht mich auch immer peinlich berührt da habe ich auch da habe ich noch nie darauf geantwortet glaube ich ja bei mir kommt es hinzu dass wenn ich zum Beispiel jemanden raide den ich nicht kenne und der mich auch nicht kennt dann muss ich inzwischen vor den Raids sagen bitte sagt ihm nicht wer ich bin oder so dass ich jemand bin bitte nicht weil ich habe es schon erlebt so ja kennst du ihn nicht oder was das ist der der gibt ganz viele Tipps der könnte dir mal den Tipp geben wie du mehr Zuschauer kriegst oh mein Gott doch die Klappe ey oh mein Gott warum sagst du sowas aua oder was auch schlimm ist bei befreundeten Streamern gehen manchmal Zuschauer von mir rein und sagen oh der Leo hat aber gesagt das sollte man nicht machen mhm unangenehm unangenehm mir ist das alles so unangenehm ja mach das nicht ne einfach nicht über andere Backseat Streaming Backseat Streaming Backseat Streaming ja hast du noch irgendetwas was du den Leuten mitgeben kannst also ihr habt gelernt also wie bist du also bei dir ist ja tatsächlich du wie wie wurdest du pro in einem Game wie wird man pro in einem Game ähm also das war so ich hab irgendwann ich hab seit seit 2004 hab ich fast nur MOBAs gespielt also Dota und League und dann kam ich irgendwann in die Alpha von Heroes of the Storm was auch ein MOBA ist und ich hab das gespielt und ich hatte ein Gegnerteam und da waren Leute von SK Gaming drin und die waren total kacke und ich dachte so Moment wenn ich aber besser bin als jemand von SK Gaming dann könnt ihr das ja einfach mal eine Zeit lang jeden Tag spielen und gucken wo ich hinkomme und so bin ich Pro Gamer geworden wie geil ja und dadurch hat man automatisch einen kleinen Vorteil wenn man auf Twitch dann anfängt ja total ähm vor allem wenn wenn man dann halt schon ähm durch Turniere bekannt ist waren das auch Turniere tatsächlich mit Preisgeld schon und so ja ja es waren schon äh mit Preisgeld und größeren Casts ähm das Glück dass ich einen von den Castern sehr schnell kennengelernt hab irgendwie fanden wir uns cool der Kaldor und äh dann hat der mich noch ein bisschen halt erwähnt immer in seinen Casts auch noch dass ich auch auf Twitch zu finden bin und ja äh so läuft das dann Pro Gamer ich glaub ich könnte niemals ein Spiel so lange spielen dass ich gut drin werde ich probier's immer mal wieder aber ach ich mag lieber so viele Spielen wie möglich muss man auch für gemacht sein glaub ich also bei Speedruns merk ich das auch immer ich ich merk dann wenn ich ganz okay in Spielen bin dass ich schon recht flott bin und dann guck ich mir den Speedrun an und die zerstören das Spiel halt komplett und ich brauch einfach immer noch zehnmal so lange auch wenn ich denke ja das ist eigentlich ganz gut was ich da in der Axt oder so mache nee so ging's mir letztens als ich geguckt habe könnte ich vielleicht Ocarina of Time Speedrun und dann hab ich so angefangen versucht Guides zu lernen so der okay das würde ich hinkriegen und dann ging's los so oh mein Gott dafür brauch ich Jahre um das zu lernen aber vielleicht wird sich aber ist Kaiser eigentlich groß in Amerika oder international ja was heißt groß weil ich bin immer so am überlegen den Content den ich versuche oft zu machen der kommt oft international besser an wie Speedruns zum Beispiel die Speedrun Community in Deutschland ist sehr klein ja bei Kaiser geht's also es gibt eine ziemlich große deutsche Komme auch auch bedingt durch Densen und so eben der hat da echt viel viel Arbeit reingesteckt das war einfach so ein so ein sehr interessierter Bunch auch einfach an deutschen Streams interessiert ist weil das ist ja oft das Problem es gibt deutsche Streams aber die Leute gucken lieber die englischen was irgendwie total komisch ist dass das immer so von Spiel zu Spiel und von Kommen zu Kommen anders ist manchmal klappt's mit deutschen Streams und manchmal überhaupt nicht ja ja Schrott ist Kaiser nein was nein Ruhe Schrott ist Kaiser was heißt das denn überhaupt keine Ahnung Schrott ist Kaiser habt ihr noch Fragen an den Leben Tars Dingo über jegliche Sachen wenn nicht über alles über alles Nerdstar ich finde das interessant einfach mal sowas so eine Gemeinschaft gründen an Streamern ich stelle es mir so schwer vor Horde oder Allianz wird gefragt Horde natürlich was ist das für eine Frage noch nie jemand kennengelernte Allianz gesagt hat gibt es überhaupt Leute die auf dem Server spielen oder halt die Allianz spielen die schämen sich glaube ich dafür und sagen es dann lieber nicht hat das Dingo Fragen an Leo ich habe meine Fragen glaube ich schon gestellt zwischendurch wie schafft man es so gut auszusehen auch Glück genau wie Twitch Partner werden Leute ich habe jetzt auch so eine Brille wie Tars also bald übernächste Woche wenn ich das nächste Mal live bin habe ich so eine Brille wie A auf dann sehe ich auch so gut aus geil beste Brillenform ne meine ist noch ein bisschen anders ok da muss ich ja reinschalten jetzt hier das ist nämlich jetzt Clickbait ne passt auf nächste Woche Brille dann sehe ich so aus und so aus vielleicht auch nicht schaltet ein ist deine nicht auch neu meine ist auch neu ja eine Woche da war ich sehr traurig weil viele haben es nicht bemerkt dass ich eine neue Brille hatte boah dann bin ich mega sauer aber wahrscheinlich werde ich meinen Titel so nennen aber ich habe so Angst davor weil eine andere Brille ist so eine Style Veränderung und ich habe so Angst dass Leute einfach sie fertig machen weil das ist wie wenn jemand sagt dein Tattoo ist hässlich weil ich habe eine neue Brille was soll ich machen sie weglegen dann sehe ich nichts mehr wenn jemand mir also sagt die Brille ist die neue Brille ist kacke ich mochte die andere lieber dann ist das einfach ein Stich ins Herz Leute aber das sagt auch keiner oder weiß nicht ich glaube die Leute sagen eher nichts als wenn sie wirklich sagen würden die ist hässlich ja und wenn ich dann außer die ist wirklich schäbig dann sagen sie es was ist wenn ich was ist wenn ich frage und es ist einfach nur Stille oh nein da hast du deine Antwort immerhin oder ist es denen einfach egal ich frage einfach nicht ja ich frage einfach nicht ich glaube ich glaube bei Brillen ist es auch oft so dass viel einfach komplett am allerwertesten vorbeigeht solange du nicht komplett wie ein anderer Mensch aussiehst und ich meine ich habe nicht so viel riskiert diesmal ich bin nur ein bisschen größer geworden und ein bisschen eckiger wieder ich glaube als Nicht-Brillenträger fällt das nicht mal groß auf da müsste ich schon ohne Gestell unterwegs sein oder mir eine Aviator-Brille oder sowas kaufen damit sie wirklich merken du siehst ja anders aus irgendwas hast du gemacht und dann kommen sie darauf oh genau ich mache ein Ratespiel draus ihr dürft dann raten was anders ist ja ich gucke mal gerade in den Chat bis welches Alter ich streamen möchte wurde gefragt wo ich mich in 10 Jahren sehe boah ich glaube das plant man nicht oder also ich ich stream wenn es mir Spaß macht also solange es mir noch Spaß macht und dann irgendwann nicht mehr ist ja nicht mehr mein Einkommen entsprechend ist das halt wirklich nur ein sehr krass gelebtes Hobby I guess mit 20 Stunden die Woche ist man da ja schon ganz gut unterwegs natürlich mit ein bisschen monetary benefits die man gerne mitnimmt aber im Zweifel wenn ich irgendwann keinen Bock mehr vor einer Kamera zu sitzen und in einem Mikrofon zu sprechen dann bin ich auch relativ schnell weg wie siehst du das mit dann bist du schnell weg weil wie siehst du das mit spürst du nicht eine gewisse Schuld nicht Schuld aber halt Verantwortung da zu sein boah weil ich glaube nicht ne ich glaube wirklich nicht ich würde es ankündigen also ich würde nicht einfach einfach plötzlich nicht mehr streamen ich glaube ich würde es ankündigen einen Monat noch streamen damit jeder seinen Sub quasi ausgehen lassen kann jeder der es nicht macht selber schuld und dann halt ankündigen und auslaufen lassen und nicht so ey Sucker und dann genau ich würde es auf jeden Fall kommunizieren und und das so ein bisschen planmäßig machen und nicht einfach nur OBS löschen und nie wieder ins Discord gucken oder sowas ne da gehört schon irgendwas dazu oder halt keinen Zeitplan mehr haben sondern nur noch streamen wenn man halt wirklich einfach gerade Lust hat zu streamen und es halt überhaupt nicht mehr es halt überhaupt nicht mehr ernst nehmen das wäre dann nochmal ein bisschen ein bisschen weiterer Schritt Richtung Hobby tatsächlich weil dann ist man wahrscheinlich auch irgendwann äh da wird es irgendwann weniger glaube ich weil man also ich brauche zumindest feste Regeln ich sage ich bin dreimal die Woche dann und dann online und wenn ich jetzt sagen würde ich bin online wenn ich Zeit habe dann würde ich manchmal einfach nach Feierabend denken genau ne heute nicht alter ne das geht nicht ich habe auch meinen Zeitplan wegen mir damit ich sage ich ich gehe da online weil sonst würde ich auch auf der Couch liegen oder im Bett länger bleiben oder was auch immer und einfach nicht online gehen weil keiner dich erwartet aber wenn jemand dich erwartet und erwarten könnte dann musst du halt da sein dann willst du nicht enttäuschen am Freitag habe ich die animierten Emotes getestet in meinem Chat und da saß da tatsächlich jemand in meinem Stream und hat gefragt wann geht es denn los eigentlich weil bis vor ein paar Monaten habe ich halt noch Freitag Samstag, Sonntag gestreamt aber habe dann irgendwann gemerkt drei Tage in Folge und dann fünf Tage vier Tage nicht ist blöd deswegen ist halt jetzt der Freitag weggefallen der Mittwoch ist da und die Person hat es dann hoffentlich endlich gemerkt das habe ich auch manchmal wenn ich Sachen teste und jemand noch so Fragezeichen warum bist du in meinem Chat warum bist du ne ist total cool manche manche haben irgendwie den immer offen faszinierend ich muss jetzt mal bei dir schauen ob du schon animierte Emotes hast das ist nämlich wichtig ich finde das ich finde das wirklich sehr unlüblich dass es noch viele Streamer gibt die noch keine animierten Emotes haben weil das wurde einen Monat vorher angekündigt und wenn da wirklich kein Slot befüllt ist du 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 vor allem selbst wenn ist es sowieso blöd weil es gab schon ewig animierte Emotes mit BetaTitchTV jeder sollte dort sowieso welche hinterlegt haben also stimmt ich habe einfach die rüber getan jetzt sind sie nicht mehr bei Beta sondern hier aber Chatterino kann sie noch nicht anzeigen also bei mir bewegen sie sich nicht ich weiß dass es welche sind ich habe da halt ich habe hier dieses Ding Moment wo ist es denn ach sie kriege ich gar nicht angezeigt warte ich bin gleich soweit und in Chatterino sieht man wirklich nur so eine zur Mülltonne oder in Chetty wie ich benutze man sieht nur die zur Mülltonne und das ist so tragisch weil das sieht total scheppig aus aber in Wirklichkeit das ist total cool sieht aus wie ein Sofa was kommt da raus mein Kopf kommt da raus ich gucke da kurz und gucke blöd ich kann rüberschieben ah ja da ja hey ja es gab irgendwann gab es gab es so jahrelang ein Gerücht Emote was nie existiert hat namens Tastonne da ist ein Partner in meinem Chat und irgendwann habe ich dann halt Tastonne wirklich gemacht und jetzt passt es einfach sehr gut weil so aus einer Mülltonne rausgucken bietet sich irgendwie an Tastonne hier braucht ihr noch Leute bei Nerdstar ja sie suchen einen Cutter oder Cutterinnen einen Cutter suchen wir Moderatoren momentan nicht wenn dann Moderatorinnen damit das Team nicht so ein bisschen divers so männlich ist wie sieht Dingo das nachträglich mit Variety und dem Spielen von den aktuellsten Games gute Idee für kleine Streamer du meinst du hast angefangen mit einem Spiel bist damit gewachsen und hast dann einfach gesagt oder gezwungenermaßen Variety hast du genau auf die Frage aufbauen hast du quasi einen Unterschied gemerkt direkt als du gewechselt hast oder waren die Leute eh von dem Hauptgame nicht mehr da äh ja also man hat schon einen klaren Job gemerkt da musste ich halt wieder neue Nische suchen äh und dann ging es wieder langsam bergauf also es war glaube ich eine zum Teil neue kommen die einfach aufgebaut werden musste wo ich dann so ein bisschen den Vorteil hatte dass ich halt schon einen Stamm noch da hatte von früher das war dann halt ein bisschen hilfreich ne und ansonsten Hype Games ist wirklich schwierig einzuordnen wie gut Hype Games klappen weil die ganz Hype Games die sind glaube ich immer schlecht gewesen so ein Final Fantasy 7 Remake oder so ich glaube da geht man immer unter aber bei mir haben dann so sehr gut so Halb Hype Games geklappt so Early Access Indie Games oder sowas ähm ich glaube mein bestes mein bestes Variety Game ever war ähm Bannerlord Mount & Blade 2 war das nicht ein Mobile Game? ne das ist kein Mobile Game das ist halt so ein man äh startet als Bauer und baut ein Königreich auf und äh da gibt es dann halt so einen Strategiebereich und dann gibt es halt Echtzeitkämpfe und das haben wenige Leute gestreamt aber viele wollten es sehen ich weiß bis heute nicht warum aber das war eins von den guten Sachen die wirklich funktioniert hat und die ganzen Hype Dingern ich glaube da bist du immer immer nicht in den Top 3 und ich glaube da möchtest du hin ich glaube es kommt drauf an äh wie das also wie das Spiel aufgebaut ist ein Final Fantasy 7 oder ein Last of Us oder ein Cyberpunk sind halt Spiele die einfach zu Ende sind du spielst sie und dann sind sie zu Ende das heißt du hast nur diesen Zeitraum Zeit quasi neue Zuschauer zu kriegen aber wenn wir zum Beispiel Genshin oder ähm Spiele halt nehmen wo du gut drin werden kannst die lange halt wie nennt man es Spiele die für immer relevant bleiben weil Last of Us ist es einfach wenn jeder es durchgespielt hat ist es einfach vorbei oder Final Fantasy aber ein Genshin bleibt immer relevant weil es wird immer Updates geben wird immer groß bleiben wenn du da auf den Zug aufspringst und dann wirklich den Content quasi machst den deutschen Content für dieses eine Spiel dann glaube ich kann es schon funktionieren ich glaube auch Genshin ist wirklich das beste Beispiel dafür was für ein Spiel du suchst weil Interesse ist halt immer noch da nach einem Jahr und ich glaube neben Genshin und also Genshin Among Us waren glaube ich letztes Jahr die beiden Sachen die am meisten dafür gesorgt haben dass kleinere Streamer wachsen und Fasmo aber Fasmo hat es halt nicht gepackt aber das war ziemlich schnell wieder weg ja ähm da kam ja kein Content mehr nach irgendwie ne jetzt haben sie wieder ein Update rausgebracht irgendwie aber irgendwie es ist halt immer das gleiche ja ich glaube das ist auch problematisch wegen wegen der Engine und so einfach das ist halt man merkt halt dass das ein Spiel ist wo jemand Assets zusammengekauft hat und die Limitierung an jeder Ecke reinkicken das Problem hast du halt bei Genshin Impact nicht weil das einfach ähm ja sehr sehr krass abgerundet ist und sehr gut polished ist ist ja ein Riesenstudio ist ja ist ja eine Marke richtig ist ja bekannt naja da gab es auch vorher schon andere Impacts habe ich irgendwann letztens erfahren eins davon war glaube ich ein Mobile Game Hoken Hoken ja ja oder so genau das war glaube ich also wenn jemand sowas mochte letztes Jahr und das jeden Tag gespielt hat dann war die Chance echt groß dass man wächst ich kenne auch ein paar die dadurch einfach Partner geworden sind die vorher irgendwie äh bei 10, 20 äh lange gekämpft haben ja ja ich auch Sonius zum Beispiel der war hier und hat dann wirklich diese Art von Spiel also der hat es halt auch dann muss halt dann auch smart machen weil sowas wie solche Spiele wie Genshin gibt es halt mehrere und wenn halt selbst wenn Genshin dann jetzt einfach nur scheiß Updates kriegt und kacke wird kannst du sofort zu denen rüber wechseln die immer noch gut sind oder anders sind und das sind einfach Online-JRPGs und dann kannst du halt direkt weitermachen aber du hast halt diesen Hype von dem einen Spiel was quasi unendlich ist ausgenutzt und dann halt auch YouTube-Content wie kriegt man die besten Waffen wie macht man das und dann geht das glaube ich Biomutant wäre auch sowas gewesen wenn das Spiel jetzt nicht super krass runtergesackt hätte so ungefähr ähm Biomutant wäre auch sowas gewesen wo man bestimmt viel hätte reißen können wenn es nicht so naja passt schon geworden wäre ja aber das ist auch irgendwann durch oder ich meine so viele Möglichkeiten hat man dann ja auch nicht bei Biomutant ja ich wusste nicht ich dachte am Anfang dass es viel mehr Open World und fast schon MMO mäßig wird vielleicht aber ja im Endeffekt ist das auch irgendwann vorbei ähm ja sowas wie Monster Hunter Rise dann es gibt immer wieder mal so Spiele die halt die haben so einen Hype aber sind halt auch unendlich und die finde ich glaube ich sind gut weil wenn du dich da etablierst in diesem in diesem Game oder in dieser Schiene dann kann es was werden aber muss halt trotzdem noch gut sein stimmt oder unterhaltsam man muss ja nicht mal gut sein ich hatte das ein bisschen mit Temtem ähm hast du es damals gespielt das Pokémon Ding das Pokémon Ding genau ähm es hat so einen kleinen Hype gehabt aber Hype nicht zu groß nicht zu klein und ich hab dazu YouTube Videos gemacht hat instant nach drei YouTube Videos irgendwie 700 Abonnenten auf YouTube aber dann haben die es halt ja Temtem hat es halt auch ein bisschen verkackt und haben halt aufgehört Sachen zu machen und es dauert immer ewig bis ein Update kommt ich meine genau genommen sollte jetzt schon der offizielle Release sein nö haben sie nicht und deswegen hab ich keinen Bock mehr einfach gehabt aber hätte ich diesen Temtem Ride äh diese Welle geritten wär ich damit Partner geworden glaube ich ziemlich sicher aber es war einfach hat keinen Spaß mehr gemacht das ist immer das Schlimmste sich von einem Spiel dann trennen zu müssen wo man echt viel Zeit investiert hat das fällt einem echt schwer vor allem dann dann fühlt es sich an als würde man Leute hängen lassen die die über Jahre lang oder über Monate lang immer deswegen eingeschaltet haben ja ich krieg immer noch YouTube Kommentare auf dem YouTube Channel von wegen wann machst du wieder ein Update dann warst du ein Video zu dem neuen Temtem Update ich schreib nur drunter I'm sorry ich find Temtem so zum Schnarchen inzwischen ja ich krieg auch immer noch Leute die Fragen wann ich mal wieder Hotz spiele äh ich muss leider immer wieder sagen wahrscheinlich gar nicht mehr ausschließen kann man das ja eh nie aber hey babe ich denke so fast ausschließen kann ich's vielleicht kriegst du ein neues Geschenk von Blizzard ich glaub von Blizzard werd ich nichts mehr hören außer es kommt irgendwann ein Game raus wo ich wieder ziemlich viel Cover haben die das Spiel komplett einfach verabschiedet sie sagen einfach nichts mehr passt schon na also sie sagen schon auch was aber ich mein sie hatten mal 100 Mitarbeiter die darin arbeiten jetzt haben sie irgendwie 5 oder so und die 5 machen alle paar Monate ein Patch es gibt keine neuen Charakter mehr keine neuen Maps mehr ähm das ist schon recht still darum geworden da hab ich jetzt total die passen sich überhaupt nicht zu dem Thema also schon zum Thema ist überhaupt ich find's so ne supergeile Story ich hab mal jemanden gekannt der war bei so ner der war beim Marketing von einer ja Mobile Game Publisher und die hatten ein Spiel draußen was mal super bekannt war und dann hat's aber keiner mehr gespielt aber es gibt immer noch ein Team was daran DLCs und Updates macht weil zwei Leute das war so ein Panzerspiel wo man sich gegenseitig mit Panzern abschießt und er hat's ernsthaft so erzählt zwei Leute gibt es noch die dieses Spiel spielen und diese zwei Leute sind anscheinend irgendwelche reichen Motherfucker deren Frauen diese Spiel spielen und sich gegenseitig bekriegen die ganze Zeit und jeden Tag tausende von Dollar da reinstecken weil sie dieses Spiel so lieben und nur wegen diesen zwei Leuten lassen sie dieses Spiel am Laufen weil sie genug Geld verdienen mit diesen zwei Menschen das ist so geil nice dann hast du es halt geschafft deswegen ihr müsst nicht hunderte von Zuschauern haben um mit dem Stream Geld zu verdienen es reicht eine Person die euch einfach jeden Monat 5000 Euro gibt naja so ist das so einfach ist das Stream ihr müsst diese Person nur finden aber ich würde mir dann trotzdem Sorgen machen wenn diese beiden oder wenn einer von den beiden Frauen dann keinen Bock mehr hat dann sind wahrscheinlich doch beide raus und dann hast du plötzlich 5000 Euro jeden Monat weniger ja krass wie das Spiel hieß keine Ahnung irgend so ein Abschießenspiel World of Tanks oder so nee nicht das aber sowas ja oh ich hab tatsächlich noch eine Frage an dich und zwar was dampft da eigentlich immer funktioniert das jetzt wenn ich meinen Knopf drücke nee ne ein Humidifier ah das ist so ein eigentlich heißt es Aroma Diffusor okay ja ähm Freundin kommt immer rein und sagt hier stinkst du wie im Tigerkäfig dieses Produkt für nur 94,99 nein ist zu viel 49,99 löst das Problem und ihr könnt den Tigerkäfiggeruch kombinieren mit Lavendel sodass perfekt nee tatsächlich im Winter war es hier so unglaublich trocken Heizung an und sowas und deswegen hat es sehr geholfen redest die ganze Zeit und so das heißt der ganze Raum ist ein bisschen feucht und zweites Aroma und drittens der Raum kriegt so einen leichten Haze sagt man in der Filmindustrie wenn ich zum Beispiel auf Filmproduktion war habe ich immer gesagt vergesst den Haze nicht ein Haze ist einfach nur so ein leichter Nebel und das heißt das Bild wird so ein bisschen ja wenn jetzt hier zum Beispiel halt so Lichtstrahlen siehst du halt du siehst diesen Lichtstrahl da zum Beispiel und deswegen habe ich es einfach nie wieder ausgemacht auch wenn jetzt die Luft feucht genug ist und Leute fragen und dann kann ich einen dummen Witz machen sehr gut und ich habe eine Maggi Flasche ja es ist faszinierend jeden Stream fragen Leute ob das tatsächlich eine Maggi Flasche ist ja und dann geht eine Diskussion über Maggi los deswegen Leute platziert deswegen ich finde Raum so viel besser als Greenscreen findest du auch? hast du mal hast du mal ich habe mit Greenscreen auch mal gefiegt ne auch ob du mal überlegt hast bei Maggi anzufragen ob da ein Sponsoring drin ist tatsächlich will ich nicht von Maggi gesponsert werden weil Maggi ist wie heißen sie? wie heißen sie? ihr wisst es Leute sagt es mir Nestle Maggi ist Nestle? echt? ach krass deswegen geht auch immer gleich die Diskussion los oh du hast da Maggi stehen das ist Nestle du weißt schon dass Nestle Brunnen vergiftet und ähm äh ja aber Maggi ist trotzdem geil aber deswegen würde ich nicht von denen gesponsert werden weil dann glaube ich äh dann kriege ich richtig viel Hass-Mail ne ich wollte immer schon ich habe die auch schon angeschrieben aber die Antworten ich wollte von Ricola gesponsert werden mhm weil ich ich lutsche immer ein Ricola vorm Stream und es es gibt doch nichts besseres als zu sagen Ricola hilft dir bei der Stimme das ist doch sowas von authentisch und einfach aber die machen keine Online-Werbung schade lame ähm die schütten das nicht gekaufte Maggi in die Flüsse in Afrika ja ja das ist ein Fakt bestimmt den du da gerade sagst ja ja okay gut Dingo ja dann dann sag ich vielen vielen Dank dass du hier warst ja danke dass du mich eingeladen hast hat Spaß gemacht gerne 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 ja guter Talk ja finde ich auch meine Lieben wenn ihr von Nerdstar nichts gehört habt Shame on your Haupt schaut euch Nerdstar an die sind unterwegs auf Twitch einfach Nerdstar eingeben und wenn ihr Cutter seid bewerbt euch bei Nerdstar die suchen gerade Cutter Cutterinnen und dann könnt ihr für Nerdstar cutten und schaut beim Tars Dingo vorbei der spielt ganz viel Mario Kaizo und ihr seht ihn hier er sieht auch gut aus dann könnt ihr da zuschauen vielleicht macht er auch irgendwann ein bisschen ASMR wäre jetzt gerade der Trend ich glaube nicht ich hatte mal ein Subgoal für ASMR aber ich habe es leider nie erreicht ich war kurz davor ich war so 20 Subs davor ich hätte mir sogar diese Ohren gekauft ich hätte mir sogar diese Ohren gekauft aber die 20 Subs die wurden ich habe es auch nicht so beworben weil weil ich nicht so viel Bock auf ASMR hatte und das Subgoal davor ist mies nach hinten losgegangen deswegen hatte ich vor Subgoals auch immer Angst aber ich hätte es gemacht ich hätte nur 1600 Subs erreichen müssen Ohren ich glaube die Leute würden mich für immer anders sehen ich glaube du gehst da über einen Schritt drüber den kannst du nicht mehr zurückgehen ich traue mich nicht du darfst halt nur nicht reinfurzen aber ein bisschen schlabbern das schlabbern ist glaube ich in Ordnung schlabbern ist glaubst du auch dass es daran lag dass sie reingepupst haben ich habe also ich glaube irgendwann haben sie einfach genug von dem Zirkus gehabt ich glaube nicht dass die Taube alleine schuld war oder dass sie reingepupse oder sonst was ich glaube war es sicher nicht sondern die Summe und die Frechheit wie man da sich tagelang gegen das stimmt ja auch explizit gegen die TOS was sie da gemacht haben verstößt ja dagegen mit den Posen die sie eingenommen haben aber ich glaube auch das ist Berechnung gewesen ja ja die haben keine Aufmerksamkeit mit den Pools mehr gekriegt also musste die neue Aufmerksamkeit daher aber hey und jetzt haben sie Urlaub und machen keinen Verlust smart gespielt einfach ich habe es vorhin schon gesagt die sind so smart die sind einfach zu klug die spielen das das Leben komplett don't hate the player die sind brain also schaut bei meinem TAS vorbei und schaut ihm dabei zu wie er bei Kaizo struggelt und bei anderen Variety Games hauptsächlich Nintendo Games sein Bestes gibt und vielen vielen Dank dass du da warst ja ich danke schönen Sonntag noch vielleicht traue ich mich jetzt mal bei dir high zu schreiben mal schauen ja das wäre geil das würde ich feiern alles gleich danke dir bye bye tschüss tschau 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 Vielen Dank.